Musik 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 Kamera Ok Ich hab eben erstmal meine Essensbestellung aufgegeben und frisches Toi, wie steht die da eigentlich? Ich dachte, ihr macht irgendwas Süßes in der Zeit hier Aber ne, pennt nur Puh Unglaublich So Ein bisschen würde ich jetzt auf jeden Fall noch Planet Zoo spielen Später dann noch Hallo Bitte Dann gerne noch Es ist 14 Wollen wir davon wieder? Ne, aber ich schick da trotzdem schon mal jemand hin Ich weiß ja nicht bei welcher Ne? Bei welcher gehe ich in der Mauer Das nicht Das nicht Das auch nicht Das auch nicht Das auch nicht Das ist halt so eine 50-50 Chance zu finden Welcher dieser Welcher dieser Gehegelmauern Kaputt ist Und welcher nicht Okay Bei den Nukapis muss ich auf jeden Fall gleich mal auf die Inzucht achten So Hier sieht's überall gut aus Okay Sollt ihr irgendwie alles haben? Also Okapi und Inzucht Ne? Hier bin ich für nichts kann ich auch einmal kurz Und Okay. Huch, egal. Da sind ja der Nebelpaar da mit drin. Naja, egal. Er ist ja nicht mit rausgegangen. In dem Fall, Gott sei Dank, dass er krank ist. Ja, wenn du dich da hinlegst, dann kein Wunder, dass du gestresst bist. Dann wäre ich auch gestresst bei so vielen Menschen. Aber warte mal, ich kann hier einmal, um mich gestresst zu lindern, ähm, genau so. Dann ist das schon mal, der sollte etwas besser. Alter, das sind aber auch Menschenmassen. Hier hinten hackt er echt so ein bisschen. Gut. Ich bin gerade am überlegen. Würde ich ja jetzt gerne hier hinten einmal. Den kann ich nicht großartig weiter wegschieben. machen wir jetzt über den Strom. so. So. Ich gucke mir immer noch, warum die keinen Strom machen, obwohl... Naja. Muss man nicht verstehen. So, weil dann würde ich hier erst einmal die Strecke machen. Das sehen kann auch einmal kurz alles. Das ist ja für die Affen. Das kann einmal mit hier nach hinten. So. Und dann bauen wir hier mal die Strecke zu Ende. Ich kann auch hochfahren. Oh, wie cool. Aber so hochweh ich damit nicht. Und dann bauen wir hier mal die Strecke. Aber so hochfahren. Hier habe ich jetzt hier ein incomprensum. ich bin auch gerade überlegen ob wir dazu als station ich glaube nicht ich glaube das will ich wirklich nur als safari tour haben also ohne weiteres zwischen station 1 So, und hier möchte ich jetzt auch noch mal so ein bisschen rein. Nur so ein bisschen. Hier vielleicht halt... Nee, Löwen würde ich hier nicht reinpacken. Weil... Gut, doch, warte. Da hinten geht es ja auch einmal raus. Dann kann ich hier einmal so lang. Ein bisschen tropen. Doch, könnte. Wäre da eine Möglichkeit. Das wird dann aber viel Felsbearbeitung, die ich wahrscheinlich nicht uns streamen machen werde. Wird sich einfach mal... Zong. Zong. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, wir könnten hier hinten eine Station einrichten. Jetzt stoppt dringende Nachricht. Was denn, Nox? Oh je, jetzt bin ich gespannt. Guck dir nun. Wann, wie, was, wo, wer? Los, raus mit der Sprache, Nox. Raus, raus mit der Sprache. Ich will es wissen. Ebenfalls wird Schwerbung gesehen. Echt? Google, schnell. Ähm. Wann mal. Wann mal. Ibi Juli. Ibi Juli. Wie ernsthaft. Wann, 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 wann. Ey. Wirk mit Werbung. Guck. Ein zweitägiges digitales Event. Und jetzt kann man noch was filmen, dann geht es ja Netflix und dann geht das schiefen. Okay, und... Am 9. und 10. Juli! Um 19... Okay, 19. Juli ist machbar. Wie cool! Einführen können... Okay, dann muss ich mal auf jeden Fall meine Ruhe durchs Dusch schauen. Voll cool! Bei Witcher müsste ich gleich an dich denken. Aber wirklich! Oh, ich liebe Witcher! Da bekomme ich schon fast wieder Bock, die Teile nochmal zu spielen. Aber das dauert bis ich so... Bis wir den zweiten Run machen. Ach, das habe ich ja hier schon... Komm, wir machen hier eine zweite Station. Wollte ich ja eigentlich nicht, aber... Komm, hier machen wir eine. Müsste es auch weiter spielen. Bist du dann stehen geblieben? Bist du dann stehen geblieben? An welcher Stelle? Beziehungsweise auch bei welchem Teil nochmal. Welcher will ja jetzt... Februar bis Mai, glaube ich? Bis Ende... Ne, Mitte Mai, sag ich mal. Hatten wir ja alle drei Teile gespielt. Ich denke mal nächstes... Nächstes... Nächstes Jahr werde ich erst den zweiten Run machen. Ich glaube dieses Jahr... Glaub ich das nicht noch... Nicht noch einmal. Huch, ne. Gut, das ist eins wie ich. ja okay jetzt weiß ich jetzt weiß ich wo du wirst so und jetzt kommt das was ich vorhatte ich weiß ob das so funktioniert kann ich das nicht auch wir machen mal autotunnel so Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin so enorm verliebt. Ich könnte immer wieder, immer wieder im Stream spielen. Ich glaube, das wird auch so ein Spiel sein. Es gibt ja einige, die immer wieder gewisse Spiele spielen. Und ich glaube, das wird bei mir mit Witcher so sein. Ich liebe es einfach. Witcher ist cool. Witcher ist einfach... Liebe. Einfach nur Liebe. Wie ich mir so requestiere, hat es mir auch Spaß gemacht. Also, WoW macht mir tatsächlich immer noch Spaß. Das Problem bei WoW ist, ich bin nie komplett in diese Materie reingekommen. Vielleicht lag es auch daran, dass ich nicht wie bei FFXIV Leute kennengelernt habe. Bei FFXIV habe ich ja so enorm viele Leute kennengelernt, dass ich da ja echt Spaß dran gefunden habe, das Spiel zu spielen. Und das war bei WoW zum Beispiel überhaupt nicht so. Das war eher so... Du bist anwesend. Das hat mir im Endgrund einen Spaß gemacht. Also, ich bin ja mit... Na gut, vor... Die Schattenlande da. Das war ja jetzt das, was neu kam. Von dem neuen Add-on. Das hatte ich mir vorbestellt. Und kurz davor bin ich ja quasi zu WoW gekommen. Und... Ja, da war es dann halt eher so, dass ich mit den Leuten dann halt quasi reingekommen bin. Das neue Add-on. Aber irgendwie... Na, warten wir uns wieder die Elefanten. Ja. Aber irgendwie... Ja. Hat es mich nicht komplett schützeln können. Beziehungsweise gut, ich habe... Doch, jetzt habe ich einfach mein Abo auslaufen lassen. So, und wieso ist dieses Ding schon wieder... Ich... Ich verstehe es nicht. Ich... So. Der Haarenfregel da ist auch wieder da. Hier, wo bist du denn? Nein! Das Viech hat sich in den Felsen gepackt. Okay, das Spiel wird so leicht, Bucky, gerade. Ganz minimal. Der Moment, wenn man frisch ist, wie er schreien hört. So, und jetzt ist das hier wieder, was ich ausprobieren wollte. Weil dat... Dat ist Autodunnel. Huch. Nein! Und ich... Ichke hier Tunnel und so. Gut. So. Das finde ich ja mehr, aber cool, gerade. Sieht ja aus wie so eine Rennbahn. Stimmt, ja. Hier geht ja auch noch der Weg lang. Stimmt, stimmt. Da ist jetzt quasi ein Punkt. Hier ist dann noch ein Gehege. Hier hätten die dann ja... ...und die Möglichkeit noch weiterzugehen. So. Oh gut. Machen wir erst mal so. Wir können es dann immer noch... ...umändern. Oh Gott. Suhzhox. Hallöchen. Jetzt tut mir leid, wenn ich deinen Namen wieder fest ausgesprochen habe. Tut mir leid. Ich hoffe, es geht dir gut. Und es tut mir leid, wenn ich, wie gesagt, deinen Namen wieder fest ausgesprochen habe. Aber ich hoffe, du hast jetzt ein schönes Wochenende. Schönen Wochenstart. Und... Jo. Jo, bei mir ist soweit alles... ...alles gut. Äh. Ja. ...hab ich gestern ein bisschen entspannt. Und... ...ja. Nun sind wir dabei, hier so ein bisschen jetzt so... ...aufzuhübschen. Beziehungsweise haben wir hier jetzt ein zweites Gefährt. Wofür ich jetzt gerade alles versuche, fertig zu machen. Was ein bisschen schwierig wird, weil der Eingang... ...ja, muss ich zum nächsten. Ich hab mal wieder nicht aufgepasst. Ich bin aber zu froh, da jetzt irgendwas zu ändern. Und ja, das wird jetzt hier so eine kleine Safari-Tour. So eine große Kleine. Und mal gucken. Auch, ob das hier mit dem oberen... ...also mit dem hier so funktioniert. Mal schauen. Ich will jetzt hier zum Beispiel in dem... ...dass ich hier so mehrere Abteile machen. Und... ...ja, mal gucken. Ich weiß auch gar nicht, wie das hier mit den Toren funktioniert. Das ist vielleicht etwas, was ich vorher nochmal... ...gucken sollte. Ähm. Ich gar nicht weiß, wie man das hier... ...macht. Das ist so ein bisschen... ...weck ich vielleicht noch. Ähm. Warte mal. Nicht, dass da... Ähm. Leider ja. Leider ja. Ja, das da will ich auch gar nicht. Das da... Genau das da will ich. Das da will ich. Und ich will einmal jetzt... ...das mit der... ...dinges hier ausprobieren. Äh, ich sehe, das war das Falsche. So. Ah, okay. So funktioniert das also. Sehr cool. Geil. Ich habe wieder was dazugelernt. Und das wäre also so das erste... ...die hier dann. Oh, was. Da ist irgendwas auf den Boden gefallen oben. Ich weiß halt nur noch nicht, was hier reinkommt. Ich glaube, ich möchte erst mal so... ...ja gut, alles was da reinkommt, sind die Lufttiere. Ähm. So Antilopen... ...dingens... ...artig... ...machen. Wenn ihr versteht. Okay. Wo geht was mit Antilopen? So, warte mal. Ich habe da nämlich vorhin... ...mir bei YouTube ein Zoo angeguckt. Da war das so ähnlich. Da war das genauso ähnlich. So, jetzt muss ich erst mal die Wege machen. Die Wege machen. Äh. Äh. Mal sehen, wo ist das... Deswegen glöcke ich noch mal ein bisschen. Ich bitte verzeihung. Alles gut. Dann viel Spaß bei deiner Serie. Was guckst du denn? Guckst du denn schön, das? Äh. Ist das ab? Oh Gott. Das kenne ich überhaupt nicht. Also zum Sagt mir das nichts. Eine neue... ...offene Stichs... ...Rama. Uh. Okay. Ganzes Leben ist... Nein, Quatsch. Oh Gott. Ne, sagt mir... ...so tatsächlich... ...nichts. Müsst ihr mal gucken. So. Ach, als Ausgang. So. Das wäre der Ausgang. Und hier. Eingang. Ach, auf beiden Seiten. Ach, toll. So. Okay. Können wir auch einfach so machen. Ich frage mich zwar, warum da der Fleck noch weitergeht, aber... ja, passt. Ja, passt. Nicht schön, aber selten. Äh... Jetzt mal kurz alles... ...zerstarten, will ich aber gleich noch... ...gleich erst machen. Wagenfarbe. Können wir ja eigentlich erst mal so lassen, ne? Die können wir einmal so machen. Einmal... ...unser der Verkehrsmittel... ...hier ich gern vier Stück. ...Geschönlichkeit auf sechs. Und dann einmal... ...Test. Nee, möchte ich jetzt einmal nur mal gucken, ob das hier funktioniert. Wie die Strecke dann halt so erstmal aussieht. Zu sehen gibt es natürlich erst mal noch gar nichts. Das ist jetzt erst mal nur reiner Test, ob alles funktioniert. Nicht, dass das Ding wie bei Planet Ghost einfach mal so einen Abgang macht und... ...ne? Dann ist doch nichts mehr. Das ist nicht was. Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Meine Musik ist schon wieder tot. Musik darf sich gerne fortsetzen. Musst dann natürlich gucken, wie ich das mit den Ein- und Ausgehängen mache. Für die Gehege. Musik. 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 Mal schauen. Noch ist da hier nichts von Tieren großartig. Du siehst bisher den Zoo ja nur aus der Ferne. Aber das wäre jetzt so das nächste neue große Projekt, was ich erstmal machen würde. halt mich komplett um diese Strecke hier kümmern. Dann müsste man halt für den Anfang, wenn man die Tiere sehen möchte, müsste man halt auch erstmal selber dahin gehen. Also mit dem Ding hier fahren. Bevor man hin gehen kann zu Fuß. Zu Fuß würde ich vielleicht so einen Hochsteg machen. Dass man sich die Tiere halt von oben angucken kann. Mit dem Safari-Truck kann man halt einfach durch die Gegend fahren. Irgendwie ist das cool. Ich frage mich, ob sich dann Tiere da auch in den Weg stellen können. Hier oben möchte ich wie gesagt auch irgendwas hin platzieren. Werde ich wirklich Löwen? Mal gucken. Man ist auf jeden Fall was eine Weile unterwegs, wenn man mit den Dingen hier fährt. Zurzeit wäre das echt so ein richtiges Grasland. So eine richtige Savanne. Das wären dann natürlich auch größere Gehege. Viel Platz, viel Auslauf hier. Viel, viel Nachwuchs. Von allem viel. Von allem viel. Da, da, da. Wenn sie sonst was hier nicht so ein Gewurscht mit den Ein- und Ausringen hätte ich das besser hingekriegt. Den Tempel muss ich auch wie gesagt unbedingt noch umbearbeiten. Wollen wir auf das Ding dahinten? Hier. Dann wird da gewartet. Dann wartet der. Oh, das wird jetzt cool. Vielleicht jetzt mal so. Weil darauf bin ich echt gespannt. Das wird nur sehr, sehr viel Felsarbeit, Tunnelarbeit und so weiter. Da hinten sieht man auf jeden Fall ein bisschen was. Der entfernte Zoo kommt hier halt noch Urwald hin. Und ich möchte es halt so, dass man die Gondel vielleicht nicht unbedingt sieht. Also hier vorne, ja. Da vielleicht. Oder verdecke ich es da und da nicht. Ja, ich bin da noch so ein bisschen am hinterher überlegen. Okay, da hinten ist der andere Wagen. Oder ob ich vielleicht mal gucke, ob ich irgendeine so eine Felsenformation aus dem Workshop finde. Okay, hier ist auf jeden Fall viel Felsarbeit nötig. Und hier dann halt so wie so eine Gruselbahn quasi. Oder cool. Oh, da ragt ein Felsen. Oh, okay. Den Felsen muss ich raus bearbeiten. Aber vielleicht sollte das Gefährt ein bisschen schneller. Ein bisschen schneller. Und hier sieht man schon was. Hallo, Luna. Freut mich, dass du wieder wach bist. Ich hoffe, du hattest einen halbwegs berufsamen Schlaf. So. Das war der Test. Ist jetzt erstmal geschlossen. Ich würde dann auf 8 setzen. Dann hier halt jetzt schon das erste Tier reinsetzen. Warte mal. Wir machen einmal die Barriere. Eine Stunde war geplant. Aber ist das nicht immer so? Wie der Schlaf? Man wollte sich eigentlich nur kurz hinlegen. wenn sie schläft bei der halben Ewigkeit. Da könnte noch ein kleines Gehege hin. Was klein, aber ne? Gehege, was man halt von da aus sieht. Da lasse ich jetzt mal Platz für da. Ich hab ne Idee. Gott, wenn ich das schon sage. Ich hab ne Idee. So, jetzt war hier einmal so ein Wässerchen. So, dann haben die hier quasi noch so ein Wasserloch. So, quasi, quasi und hinten führe ich einmal den Weg weiter. So, dann kann ich hier einmal, wenn ich das eine habe, dann ist das komplette Ding schon gebaut. Mein Gott, jetzt würde ich am liebsten noch eine Testtort machen. So, das nächste Turm müsste ich dann halt hier reinpacken. So, dann kann ich hier wieder reinpacken. So, dann kann ich hier wieder reinpacken. So. Dann hier ist der Gehegeeingang. Okay. Da ist die letzten Krokodil verstorben. Oh. Und dann jammern hier immer noch einige Tiere wegen Überbelegung. Wie das Vieh hier. Ja. Einmal freilassen. So. 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 Und dann sind die da reinpacken. So. 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 Das war Zufall. Ja, hüllisch. Danke. Lecker. Oh, die Elefanten kämpfen. Lebt der Elefant da noch? Ja. Alter. Schon heftig. Aber immer noch wenig zu zweifalten. Warum jammert ihr wegen Überbelegung? Bei euch sind doch kaum noch Viecher drin. Nebelpader, Überbelegung. Hier leist ein Krokodil. Ich kann hier aber noch keine draus setzen. Das sind alles Jungtiere. Dich kann ich nicht freilassen, hoffe ich. Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass das Spiel jetzt abstürzt. So, jetzt habe ich gespeichert, oder? Jetzt darf es abstürzen. Hm. So. 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 Ich frage mich gerade, woher wir eine Paprika haben. Äh, so. Tierchen. Eine Anti-Lob-Mart wollte ich ja reinsetzen, ne? Alter, ich habe doch alle rausgepackt. Ja, dann sollen sie halt jämmern wegen Überbelegung. So, was haben wir denn hier? Weißschwanz genug. Wir hätten aber auch noch die Thompson-Gazelle. Schauen wir doch mal. Oder? Wir sind hier ganz oben noch Fächer. Bungus waren das, ne? Okay, das ist lebensbedrohlich. Ja, dann hol den Tierarzt. So, dann möchte ich einmal kurz gucken wegen der Bungus. Bungus. So, nehmen wir einfach mal. Und dann einmal da rein. So, okay. Bei den Werkflusspferden ist auch noch ein bisschen was los. So, dich kann ich auch einmal wegschicken. Okay. So, die kann ich auch einmal wegschicken. So, das ist da, würde ich sagen. Ne, öffne ich. Und das andere lasse ich nochmal geschlossen. Oder? Ne. Jetzt schnell das Transportmittel. Für den Dschungel. So, jetzt ist dann halt nur die Frage, ob sie dann noch hier hinten hinkommen. Aber, wir können sie auch einfach jetzt essen und trinken locken. Und ein Infozentrum. Dann hier haben wir so eine Zielpflegerhütte hin. Und dann. Und dann wegschlebt. Ja, dann locken wir die Leute hier mal mit ein bisschen zu trinken Vielleicht kommen dann ja einige nach hier hinten wäre wünschenswert Das sollte sich sowieso mal viel mehr von hier vorne nach da hinten verteilen Die sind ja immer alle nur da hinten beziehungsweise da vorne Nein, meine Paprika So Mir brauche ich jetzt einmal Die Bungus Und haben wir hier noch irgendwo Oh ja Das ist ein Futtertrog Gelände Oh, so cool Ich hab da wenigstens reinhören So Wahrscheinlich sowieso viel zu groß das Gebiet für die Ja Ich guck mal, ob ich da noch irgendein anderes Tier mit reinsetzen kann Nee Kann ich nicht Ich hab mir genau das Tier ausgesucht, was nicht mit irgendwas anderem zusammenleben kann Nee, egal Dann haben sie halt ein großes, sicheres Gehege Danke 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 Danke